willkommen bei jp erkläre ich die äpfelwelt nach gefühlt ewiger zeit endlich noch ein video aber irgendwie fehlte mir die lust und der content und projekt und so weiter aber jetzt habe ich wieder von euch vielleicht hat er der ein oder andere von euch ja schon mal gelesen oder gesehen oder wie auch immer aber da hat nicht so sonderlich viele videos auf deutsch zu dem thema gibt habe ich gedacht mache ich auch mal eins dazu und zeige euch mal ob das wirklich so ist wie die anderen versprechen und zwar ein bisschen weiter ausholen gibt dir von apple das studio display 4k 27 zoll display super edel supergeil und wie immer bei apple super teuer da fängt so glaube ich bei 1600 euro an und geht je nach standfuß noch einige hundert euro teuer das ist qualitativ farblich und so kommt da wohl aktuell so nicht viel dran ran aber das ist mit definitiv zu teuer aber man kann das selber bauen und zwar ist das interessante wenn ihr so einen alten imac 27 auf der ist jetzt aus 2014 bis 2015 das müsst ihr euch natürlich immer bedenken ja das ist ein mac der schon zehn jahre alt ist und auch der display ist zehn jahre alt daraus könnt ihr euch eins bauen weil soweit ich natürlich richtig verstanden habe ist das im prinzip genau dasselbe display was auch in dem studio verwendet wird also warum das jetzt seit zehn jahren gleich ist und weiterentwickelt worden ist habe ich auch nicht so ganz verstanden aber laut meinen recherchen ist das selbe panel oder ungefähr das selbe panel vergleichbar das panel sagen wir mal so so und in den 2014er 2015er macs sind halt die alten intel macs unter denen das sind core 5 mit drei oder 300 gigahertz oder so was die will natürlich keine mehr haben möchte ich jetzt sagen aber die dinger sind zehn jahre alt und so schnellstens nicht mehr außerdem stehen mehr auf die m prozessoren und so weiter und so fort ja also werden die oftmals ersetzt und das heißt man kriegt die relativ günstig für apple verhältnisse also ich habe jetzt wieder knapp 300 euro bezahlt der läuft auch tippitoppi tastatur und maus man dabei die idee ist jetzt wir wollen ja eigentlich wir brauchen eigentlich nur das gehäuse und das panel das innenleben wollen wir ja gar nicht haben die idee ist jetzt zu sagen wir nehmen den jetzt wir machen den jetzt auf wir bauen das innere zeug raus verkaufen das innere zeug wenn wir bei ebay und kriegen der vielleicht 100 200 euro dann haben wir nur noch 100 euro sagen wir mal für das gehäuse bezahlt und das wollen wir nur noch brauchen ist so ein driver board damit wir eine externe datenquelle anschließen können die verarbeitet und ausgegeben werden kann ein netzteil und ein paar kleinzeile also roundabout irgendwo das mir so daraus kommt zu einem selbstkostenpreis sagen wir mal zwischen 300 und 500 euro werden wir am ende des projektes dann sehen wo wir da rauskommen und selbst für 500 euro und 5k display ist halt ein schnäppchen und es sieht halt extrem geil aus weil die optik bleibt ja und sieht aus hinweg ja soviel zur theorie aber jetzt gehen wir mal in die praxis und zwar als erstes müssen wir den jetzt aufmachen und müssen das in zeug raussuchen alle sachen die ich verwende die kommen natürlich unten in die videobeschreibung und ich habe in einem anderen video gesehen da ist dieses werkzeug das ist hier oben wie so ein rundes messer ist natürlich aus kunststoff und damit soll man den relativ gut aufmachen können und das probieren wir jetzt ich hoffe dass ich nicht der halbezeit im bild stehen aber wir nehmen einfach das werkzeug und setzen das hier zwischen aluminium und händel an ihr seht schon ich hoffe ihr seht das kontrolliert nein wir sitzen natürlich nicht das steckt ist schon da oben drin und damit gehen wir dann ein paar mal hier rum und lösen damit den kleber also ich habe gelesen manchmal ist es extrem gut verklebt manchmal ist der kleber aber nein nicht manchmal aber der kleber ist ja auch zehn Jahre alt also entweder ist der dann schon der mehr so gut und geht gut ab oder er ist halt extrem alt und geht dann gut ab also wir gehen jetzt ein bisschen ein paar mal rum und dann kommt natürlich das erste problem wenn das display jetzt runter fällt dann ist das projekt gerade schon vorbei wir sehen wir sehen wir sehen nichts geht noch nicht also gehen wir einfach mal ein bisschen tiefer rein aber ihr müsst halt aufpassen nicht zu tief also das machen wir kaputt aber ihr könnt im prinzip gar nicht tiefer gehen wie dieses ding ist das ist ja eigentlich schon ganz praktisch und ich hoffe das klappt dann auch so wenn es nicht klappt und ich war zu tief dann haben wir das wie immer dann habe ich euch zumindest gezeigt wie man es macht so und ihr müsst aufpassen also jetzt geht es nicht ab ihr müsst halt aufpassen gleich ihr dürftet also ihr dürftet fallen lassen weil dann sofort weil da sofort die kabel kommen die müssen wir ja ab machen weil die kabel brauchen wir noch so das klappt erstaunlich gut tatsächlich so und jetzt haben wir hier zwei kabel dran wie ich das hier sehe eine ist an bord das müsste man abziehen können und das andere ist am panel so ich versuche euch das jetzt mal näher zu zeigen also da ist ein kabel und zwar hier das können einfach nach oben weg ziehen also an den seiten an den seiten kann man noch so ein bisschen drücken aber da kann man hochziehen so und hier das ist ganz tricky das sieht man auch ganz schlecht aber hier ist wie so ein bügel dem klappt er einfach so rum und dann könnte dazu abziehen ganz easy wenn man weiß wie es geht ja als tipp bei fix ist könnte auch detailliert noch mal so und dann sollte euer mac ungefähr so aussehen das display ich dir erstmal ganz vorsichtig beiseite ja und jetzt müssen wir das ding auseinander nehmen wir gucken uns dann auch mal gemeinsam halt an was wir so haben so das müssten die lautsprecher sein die brauchen wir nicht und zwar gibt auch manche videos wo man die lautsprecher der einbaut da braucht er noch so die kosten aber auch über 30 euro das stück und tests von anderen youtuber oder leuten die das schon umgebaut haben die sagen hat alle das macht keinen sinn weil irgendwie trotzdem der sound nicht so ist wie er vorher bei dem mac war und ich sowieso externe lautsprecher nutze weil ich ganz ehrlich sagen muss egal was du da irgendwie verbaut hast das hört sich ja alles mehr oder weniger scheiße an wenn er mich macht und deswegen habe ich eh externe lautsprecher und deswegen brauche ich keine internen lautsprecher und deswegen mache ich da auch gar keine experimente und dann kommen die raus ich weiß ja nicht vielleicht kann man die auch noch verkaufen vielleicht hat jemand kaputt oder so stand aber man ist ja immer erstaunt was so alles bei ebay doch noch verkaufenswert ist ja was die leute dann noch so anbieten so an das heißt hier müssen wir auch mal ausstecken das ist hier noch irgendwo fest da komme ich jetzt nicht dran ich hätte mir natürlich auch nachdem ich euch gesagt habe guckt iFixit an wie ihr das auch vorher mal angucken kann habe ich auch nicht gemacht weil ich ja ich bastel immer selber gerne rum und irgendwie werden wir das hier schon rauskriegen das kann ja kein riesen hexenwerk sein ja dann sind ja schließlich auch nur boxen ja aber vielleicht fangen wir mal irgendwo anders mit an also im leben sieht auch manchmal ein bisschen anders aus also der ist schon ziemlich verdreckt ist also definitiv genutzt worden aber das ist ja nicht weiter hin die festplatte haben wir die mal raus das ist am einfachsten wir haben hier eine 1 terabyte das ist aber eine fusion drive wie das apple nennt wir haben hier die normale hdd 1 terabyte und nix wildes und irgendwo hier an bord sind noch ein paar 22 megabyte ssd verbaut und dann gibt es so eine kombi das ist sogar irgendwie gummigelagert das ist ja gar nicht verkehrt so das haben sie gut gemacht wieso die verbindung ist irgendwie schwindungsgelagert oder so das ist ja mal gar nicht mal so schlecht alle fälle aufpassen müssen ist bei dem netzteil also hier ist das netzteil und das ist halt überhaupt nicht isoliert und da bleibt wohl immer noch strom übrig also da müsste tatsächlich aufpassen weil die gefahr eines stromschlages wohl angabe gemäß relativ hoch ist ich habe auch erst gesagt komm leck mich doch am arsch aber ich habe da tatsächlich auf mehreren mehreren videos gelesen gehört also muss dann schon immer dran sein und so hätte müssen das andere haben sein von dem lautsprecher dann sollte der küsse irgendwie jetzt nicht rauskommen irgendwie hat er hier noch so ein knüppel wie ist noch irgendwo anschluss weiß ich nicht gucken wir gleich bei aber hier mit lautsprecher und ihr seht schon sind zwar zwei stück aber da kommt wohl trotzdem nicht so viel raus aber das ist ja nicht wohl so gut ist ja ganz klar so jetzt sieht es schon mal ein bisschen übersichtlicher aus zumindest müssen wir wieder aufpassen mit dem netzteil ich habe jetzt tatsächlich so ein bisschen schiss also alles hier mit so gummi darum das gefällt mir gut hier bin ich mir jetzt gar nicht sicher ob ich das kabel eigentlich hätte dran lassen sollen was ich vielleicht noch nachher brauche weiß ich nicht ich lasse das erstmal an bord damit ich auch weiß wo was war also es kann natürlich tatsächlich sein dass euer mac vielleicht ein bisschen anders aussieht wenn ihr dann ein anderes modell habt oder so grundsätzlich das hat ja hier alles kein hexen mac wir sind ja nicht bei einem lvn oder so also den lüfter kann man auch ganz einfach abziehen ziemlich dreckig aber sauber machen kann man den ja wenn wir die verkaufen sollten und so alles gut so jetzt haben wir hier auch das kann ja an bord bleiben das ist ja unkritisch jetzt gucken wir mal hier bei die geschichte gucken wir mal wo das kabel hingeht so und das ist überhaupt das jetzt hier auch da einfach abziehen auch hier dann wieder drücken wir hier unten jetzt ziehen sondern drücken und dann so ein bisschen wickeln also eben ging es ja auch ihr seht schon er zieht ein bisschen rum und immer jede menge staub komisch machen wir die eine seite jetzt so easy komisch machen wir die eine seite jetzt so easy komisch machen wir die eine seite jetzt so easy wenn gleich knackt man diese halt kaputt hat wäre mir auch egal so jetzt sieht er schon relativ übersichtlich aus also die ganzen klebereste die restlichen müssen wir gleich auch mal abmachen aber das machen wir dann so jetzt haben wir hier auch noch die eingebaute kamera also das ist eigentlich ziemlich cool mit der kamera ich will auch noch mal gucken aber das problem ist wir werden die wahrscheinlich nicht nutzen können weil die hat hier so einen komischen apple spezifischen anschluss so ähnlich wie das kabel hier ja und das wird wahrscheinlich wahrscheinlich hat christian nicht angeschlossen da bräuchte sie irgendwas usb mäßiges haben wir aber nicht so jetzt haben wir hier noch irgendwelche wilden kabel das ist wahrscheinlich das sind wahrscheinlich wlan antennen schätze ich mal die müssen also auch ab beziehungsweise die müssen drauf die können drauf bleiben aber vielleicht die müssten ja eigentlich dann ich will mal überlegen würden wir die jetzt mitverkaufen oder nicht eigentlich nicht weil irgendjemand der den mac kaufen würde hätte ja wlan antennen also gehe ich mir stark von außen also ich mache es jetzt erstmal hier ab aber eigentlich müsste derjenige ja wie in anderen händen haben so ähm machen wir beide schrauben ab wir nähern uns langsam der gefahrenzone so hier ist das andere ein kabel das machen wir auch mal ab weil das hier extra liegt ich merke schon überhaupt keine ahnung was ich tue aber das schöne ist wenn ich da dran schaffe dann schafft ihr das auf alle fälle auch jede menge schrauben ich bin jetzt natürlich voll chaos mäßig unterwegs hier so das sind ja nur so richtig kleine schrauben da muss ich gleich mal ein bit holen wie gesagt netzteil ist schwierig also auf alle fälle kabel raus ja stromkabel raus damit wir da auf alle fälle keine spannung mehr auf dem gerät haben auf dem netzteil haben und dann kann man den an und aus noch finden das habe ich auch vorher gemacht das habe ich euch mal gezeigt ähm und das ist halt wohl noch ein bisschen schwierig das abzukriegen der Anschluss ging schon von alleine ab das war unkritisch und dann ist aber hier so ein komischer Anschluss und das macht man glaube ich besser wenn das komplette Mainboard raus ist aber ich befürchte halt dass das irgendwo hier noch fest ist also müssen wir die Kamera abmachen das ist dann auch wieder hier so ein Bügelchen schätze ich also das Video wird dann tatsächlich ein bisschen länger wie ich das eigentlich gedacht hatte aber ich schätze ich mach mal Kapitel da rein dann könnte er springen aber ich wollte das halt mal ausführlich machen weil hinter zeigt euch irgendwie auch keiner in den Videos so so ich hab grad noch mal in die Anleitung geguckt bei iFixit und zwar HITAT war definitiv völlig falsch aber das ist die äh das ist der Monitorfuß also machen wir das mal wieder schnell fest mit den richtigen Schrauben natürlich aber die müssen nicht bewiesen sein das ist ja jetzt schon mal verstellt ja wahrscheinlich genau also ist der Monitorfuß aber das fliegt mal abgefixt so also das machen wir wieder dran die macht ihr gar nicht ab aber wenn ihr meiner Anleitung ja blöd gefolgt seid dann haben wir das natürlich gemacht jetzt habe ich mir noch meinen Blick verbrochen was eine billige scheiße so viel zum thema billiges Werkzeug ja wer ähm will ich kauf kommt zweimal ich seit früher immer das war nämlich auch gar keiner von meinem richtigen aber egal so ähm was wir jetzt noch machen müssen und zwar müssen wir das Kabel hier von der Festplatte abziehen weil hier oben sind noch zwei Schrauben die müssen noch abmachen ich muss jetzt nur irgendwie mal neue Trocks suchen oder wir machen mit der Hand so dann machen wir die gute Hand man muss sich ja nur zu helfen wissen ich sage jetzt dass wir hier keine Schrauben ziehen hätten hier in dem Haushalt machen wir mit der Hand das ist eh besser so eine Schraube oben zweite Schraube oben damit man auch selber drauf kommen kann dann machen wir erst die hier von der Monitorhalterung wieder fest und natürlich die richtige Schraube nehmen dann ist hier noch eine drin also ihr müsst quasi hier durch dieses Loch ein bisschen gucken bis ihr an Pressdruck habt dann muss das Ding ja raus so und dann sollte wenn man eigentlich sich das Wort da rausnehmen kann hier wo hängt es aber immer noch ist jetzt schon so gut wie ab ein bisschen strak nach oben machen wegen den Anschlüssen die hinten raus kommen das ist klar also hier ist auch noch so eine Leiste hinter quasi wie das so ein bisschen schützt die ist hier mit so ganz vielen kleinen Schräubchen fest also ein Fix jetzt sagt man müsse die ab machen ich wollte das aber eigentlich ohne machen aber irgendwo hängt es hier noch noch und zwar dieses Teil da unten dieser Stift muss auch noch weg den kann man mit einem großen Trucks aufmachen den ich jetzt natürlich wieder nicht habe also ihr seht schon wir brauchen immer so Werkzeug aber man muss sich ja bei so Projekten immer ein bisschen Zeit lang nehmen also müsste hier probieren wir einen 20er Torx können wir das Ding da rausschrauben und dann geht so raus und zwar einwandfrei so und jetzt gucken wir uns das schöne Ding mal von der Rückseite an also hier ich habe jetzt tatsächlich die RAM-Bänke komplett voll so hier seht ihr die Anschlüsse die hinten raus kommen normalerweise und hier ist die kleine SSD da wäre natürlich auch die Frage die kann man bestimmt auch austauschen da könnte man einfach eine fette SSD rein machen naja wir wollen das Ding ja nicht mehr entlaufen kriegen also alles ziemlich staubig aber das machen wir dann irgendwann mal ähm ich muss den grad mal hier wegpacken wie gesagt wir sollen den Teil ja verkaufen deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig damit sein sooo das sieht doch jetzt schon sehr fein aus jetzt gucken wir mal was noch raus muss kann darf so hier das ist das Kabel von der Stromversorgung da ist noch eine Irrung dann ist hier irgendwas von den Boxen das ist uns aber egal das lassen wir einfach mal hier drin und die Sachen hier lassen wir auch da drin das brauchen wir ja alles nicht mehr die WLAN Kabel die können wir auch dran lassen ähm ja die Kamera die kann man im Prinzip auch drin lassen ja was tun wir noch damit ja die machen wir jetzt noch hier ab da brauchen wir wieder den 20er Torx das habe ich eben gesagt wollen dann haben wir auch die Testplatten Halterung da raus also muss er sagen die haben uns echt Gedanken gemacht bei Apple wie immer können wir das auch mal extra verkaufen schauen wir mal so und jetzt haben wir im Prinzip schon abgemacht was ich wollte und wir haben das Ding einmal ausgeräumt so die also es gibt jetzt tatsächlich viele verschiedene Sachen ja ähm die ich jetzt im Laufe des Umbaus entscheiden werde ob ich das mache oder ob ich das nicht mache hier ist die RAM Klappe also ihr konntet ja auch habt ihr gesehen die waren ja voll und diese RAM Plätze die waren quasi von hinten zugänglich und genau durch diese RAM Klappe werden wir nachher die ganzen Kabel verlegen ja also die drücken wir einfach raus ich bin mir noch nicht sicher ob wir die vielleicht hier noch bohren weil wir wahrscheinlich nicht die gesamte Öffnung brauchen da werde ich aber auch im Rahmen des Projekts dann irgendwie entscheiden wie ich das mache ähm und dann schauen wir mal wie sich das jetzt von so entwickelt ähm ich habe auch alternativ als 3D Pro kommt ja auch immer zum Tragen alternativ habe ich mich schon hier so eine Klappe gedruckt in Grau die quasi hier hinter passen sollte sie kommt dann hier so hin und dann haben wir da schon ein Loch ich hoffe die passt auch sieht schon mal ganz gut aus aber wahrscheinlich andersrum ich denke mal der Autor hat gedacht der Autor hat gedacht äh wir machen die hier unten fest da wo die das Ding von dem Strom ist das ist nicht aber wenn man das hier so buddeln kann ist das glaube ich sogar äh ein bisschen schöner ja genau so dann können wir jetzt anfangen das Board einzubauen und was natürlich richtig ähm nice ist es gibt ähm auf Singiverse glaube ich Link liege ich euch in der Beschreibung hier so 3D druckbare Halter wo ihr dann hier so äh M3 ähm ähm Schweißgewinn oder wie heißen einfach rein drückt dann könnt ihr die fest machen und zwar muss ich mal gucken hier die macht ihr dann hier fest wo auch äh vorher irgendeine Befestigung war und zwar müsste das so sein und zwar ist es hier diese silberne Schraube das ist die die beim Board ähm hinter diesem Loch quasi ist die hat auch hier ein anderes Gewinde und deswegen passt die dann hier wunderbar rein die geht ein bisschen schwerer aus um ehrlich zu sein weil die noch so gesichert ist aber das passt schon alles ähm ich mach das jetzt so ein bisschen lockerer aber trotzdem noch fest so und wenn wir dann das Board nehmen so und wenn wir dann das Board nehmen genau Typ mit Zeichen und so schreibe ich natürlich alles in die Videobeschreibung ist klar dann können wir das jetzt wunderbar da dran machen und wenn da dran ist da sag ich euch auch welche Vorteile uns das bietet wenn ich den durch Schraubendreher kann also ihr braucht ziemlich viele unterschiedliche Schraubendreher und weil jetzt die Schrauben die sind ja nett dabei die habe ich halt extra genommen jetzt habt ihr auch ein Modellbau genommen aber ihr braucht jetzt irgendwelche M3-Schrauben so sieht gut aus ähm mal gucken wo wir mal sehen hier das sind noch so langen Löcher das heißt wir haben ein bisschen Spiel so überhaupt mal gucken ob das auch wirklich passt sieht aber so auf den ersten Blick sieht es schon mal ganz gut aus wir sollten natürlich nicht so breite Köpfe haben damit wir keinen Kurzstoß kriegen oder so irgendetwas und selbst wenn ihr nicht viele Schrauben festkriegen solltet würde dann meiner Meinung nach auch zwei Schrauben ja durchaus ausreichen mal gucken das passt nämlich nicht so 100 Pro aber da haben wir immer eine gewisse Toleranz da drin das klappt schon so noch ein zwei mal nachziehen zu fest aber auch nicht aber sollte halten so dann haben wir das Board hier erstens sehr sicher fest und müssen jetzt irgendwie mit dem Kleber arbeiten oder sonst irgendwas und als zweites haben wir sofort gewährleistet dass das Board nicht irgendwo am Gehäuse anschlägt oder so Geschichten und wir kommen hier durch die Öffnung wunderbar an alle Anschlüsse das ist ja das um den zu steuern das können wir schon mal hier hinterschweißen das hat man so alle finde ich auch schon mal raus so ich würde sagen damit haben wir die meiste Arbeit schon erledigt so bevor wir das jetzt testen müsst ihr natürlich hier die ganzen Klebestreifen die übrig geblieben sind noch abpimmeln geht aber eigentlich ganz gut weil wenn ich das so richtig interpretiere ist das so ein tragendes Band und das könnt ihr einfach abziehen hier in den Ecken ist es ein bisschen komplizierter da müsst ihr ein bisschen mehr wegnehmen oder so aber das sollte auch kein Problem sein die Webcam habe ich mich entschlossen drin zu lassen weil wir hier kein passendes Kabel haben da könnt ihr immer USB machen habe ich dabei keinen passenden Anschluss und eine andere Kamera drauf machen sehe ich als sinnlos aus weil wir können das ja auch wunderbar mit unserem iPhone machen so dann könnte man den noch ein bisschen Staub aussaugen und auch hier haben wir den einen Ausschalter den könnte man noch da dran löten hier könnte man das Netz ja noch dran machen aber auch für diese ganzen Experimente habe ich überhaupt keine Lust ich lasse das einfach so und jetzt schließen wir es mal an so ich muss jetzt mal umziehen weil ich hatte ein paar Probleme mit dem Kabel und zwar habe ich da probiert meine Werkstatt wo der vorher stammt den mit dem kleinen Barebone und so zu verbinden den ich den noch habe der kann natürlich auch kein 5k und ich glaube auch keine 4k aussehen auf alle Fälle kriege ich nie ein Bild und der ist immer wieder ins Sleep-Monus gegangen dann habe ich den hierhin geschleppt jetzt habe ich den mit HDMI verbunden auf HDMI und auf Display Board klappt alles nicht und da war ich schon fast verzweifelt und dann habe ich mir ein Thunderbolt Kabel bestellt und habe den jetzt mit dem Mac Mini da hinten per Thunderbolt auf Thunderbolt hier angeschlossen und sofort hat es geklappt ich habe die 5k Auflösung ist mir ja grundsätzlich egal kann ich ja auch also ich habe ja noch den Thunderbolt da frei wundert mich aber schon weil die Frage ist warum hat dann das Board überhaupt HDMI und Display Port Anschluss und so weiter und so fort ist mir jetzt aber auch egal weil wir wollen ja immer die beste Verbindungsqualität haben und das ist einfach Thunderbolt und bei Apple sowieso so das Display ist jetzt noch nicht fest müssen wir natürlich alles ausprobieren solange es noch nicht fest ist am besten um auszuschließen damit was kaputt ist als nächstes das mache ich dann aber alleine müsste diese Klebestreifen ich habe kein Stativ diese Klebestreifen drauf machen die sind auch nummeriert irgendwo da wo ich die bestellt habe muss es wahrscheinlich auch etwas geben und dann klebt der das fest und dann hat sich die Sache erledigt ich finde diese Bordbefestigung ja ziemlich gut aber ich finde das Board sitzt ein bisschen tief also man hat schon ein bisschen Probleme ist ein bisschen gefrickelt das Netzkabel und auch das Thunderbolt Kabel da fest zu machen ein bisschen höher wäre besser aber das geht halt wenn man weiß also gerade beim Netzkabel aber wenn man weiß wohin gehört dann passt das so ich mache das jetzt alles mal zusammen klebt den fest macht das hinten schön ordentlich dann zeige ich euch noch was und dann nochmal mal das Endfazit so jetzt wollen wir zu dem Umbau mal mein Fazit ziehen und zwar habe ich den jetzt mindestens 2-3 Monate im Einsatz zusammen mit meinem alten Samsung und konnte jetzt natürlich auch tatsächlich mal die Unterschiede testen also der erstens in 5K und der lediglich in 4K dafür ist der Samsung Mac größer also funktioniert perfekt ihr könnt den über diese Software wunderbar einstellen das Bild ist tatsächlich einiges besser wie hier also viel schärfer die Farben kommen viel besser rüber ich würde euch das hier gerne zeigen aber mein Handy wird das wahrscheinlich nichts bringen weil man kann ja hier diesen Hintergrund bei dem gleich machen da ist jetzt gerade Final Cut auf aber ist ja wurscht also die Farben sind wirklich besser und ich gucke tatsächlich lieber auf dem Apple Display muss man wirklich sagen allerdings also das einzige was ich jetzt anders machen würde ist ich habe erst gesagt man muss den nicht beschweren oder so weil der Board raus ist oder weil da eigentlich Mac raus ist manche haben ja Steine da reingeklebt und so das funktioniert trotzdem ja das funktioniert auch trotzdem aber der neigt dazu sich zurückzustellen also das muss man definitiv sagen ihr seht das nämlich jetzt euch ich kann euch das zeigen in der Ecke da kommt der nämlich dann immer gegen ja also das ist tatsächlich nicht so gut deswegen wenn ihr das macht und hoffentlich das Video einmal komplett fertig geschaut habt bevor ihr ankommt beschwert das ich würde aber jetzt keine Steine oder sowas reinkleben ich würde einfach so Bleigewichte reinkleben die ihr zum Beispiel auch zum Auswuchten von euren Felgen nehmt oder ihr geht zu einem Dachdecker der hat so Walzblech das könnt ihr dann mit doppelseitigen Klebeband da reinkleben oder so ja ich muss allerdings sagen im Gegensatz zu vielen anderen das mit den Komponenten verkaufen die ihr da raus gebaut habt das funktioniert nicht so gut zumindest nicht bei mir kann aber auch sein weil das jetzt natürlich in letzter Zeit recht viele Leute gemacht haben und da einfach der Markt gesättigt ist ist mir aber auch egal weil ich finde dieses Apple Display einfach cool und wenn das jetzt im Endeffekt dann doch 500 Euro gekostet hat dann ist das halt so das ist mir ziemlich egal also wenn ihr Lust am Basteln habt und wollt ein cooles Display haben was nicht jeder hat beziehungsweise was ihr nicht kaufen könnt dann würde ich euch klar empfehlen das nachzubauen könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben bis dahin oder JPE Churches